Hallo, mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 4 und Super Corner, du bist ein Lappen. Du bist ein großer Lappen und jetzt erzähle ich warum. Du beleidigst Leute einfach und das sowas von dumm. Du bist so schlank, so dünn wie ne Pussy. Mann, ich muss die ganze Zeit dich auslachen. Da 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 da, ja super Corner, du bist ein Lappen. Du bist ein Lappen. Dein YouTube Gamescom Army hat dich zerstört. Oh, du bist sowas von Kacke. Dein YouTube-Kanal ist blammer Spur. Du bist sowas von Peinlich und hast nicht mal einen Hochschulabschluss. Ach du Scheiße. Und das soll irgendwann mal uns alle die Rente sichern. Da sag ich nur, ach du Scheiße. Traurig, was hier auf YouTube passiert. Du bist meinen Augen Geldgeil. In meinen Augen bist du nichts. Du bist absolut eine Witzfigur. Und die Größte auf YouTube. Ciao. Das war mein Disstrack gegen Sibacorna. Ich hab's euch gefallen. Editt mich auf der PS4. Geh mal den ganzen YouTube Gamescom. Und an alle Hater, ihr Muschis. Fickt euch und folgt mir bei Twitter. YouTube Gamescom, ihr Schweine. Danke. Und an alle Fans, Leute. Unterstützt mich in meinem Kampf gegen die YouTube Mafia. Danke.